Schauen Sie mal da. Das hier ist, richtig, eine Bakterie. Gut, die gibt es überall. Jedoch unglaublich viele gibt es zum Beispiel auf dem Fußboden einer öffentlichen Toilette. Wen interessiert der Toilettenfußboden, werden Sie sagen? Uns. Und gerne erzählen wir Ihnen auch, wieso. Allein in Baden-Württemberg leben rund 380.000 Menschen, die aufgrund einer Erkrankung, einer Behinderung oder des Alters wegen auf Windeln angewiesen sind. Nun kann man sich denken, dass diese Windeln auch gewechselt werden müssen, was zu einem Problem werden kann. Besonders dann, wenn man gerade unterwegs ist. Auch Menschen, die auf eine Windel angewiesen sind, gehen gerne einkaufen, ins Restaurant, ins Konzert, zum Sport oder mit der ganzen Familie spazieren. In einem modernen Bundesland wie Baden-Württemberg sollte es doch daher möglich sein, einen Raum für dieses Grundbedürfnis anzubieten. Doch tatsächlich sieht es leider ganz anders aus. Baby-Wickeltische gibt es viele. Aber die sind viel zu klein für Jugendliche oder Erwachsene. Und so endet dann eben alles dort. Genau. Auf dem Toilettenfußboden. Wir vom Landesverband für Menschen mit Körper- und Mehrfachbehinderung finden diesen Zustand schlichtweg menschenunwürdig. Wir fordern daher Toiletten für alle. Was das ist? Ganz einfach. Man benötigt Eine große Toilette für Rollstuhlfahrer geeignet Eine Liege Sowie einen Hebelifter für das Umsetzen vom Rollstuhl auf die Liege und zurück Ein Anfang ist gemacht. 2016 wurden bereits einige Toiletten für alle geschaffen. Jedoch längst nicht genügend. Eine zu finden gleicht immer noch der Suche nach der Nadel im Heuhaufen. In anderen Ländern wie England oder Australien gibt es solche Wickelmöglichkeiten bereits ganz oft. Höchste Zeit, dass auch wir in Baden-Württemberg ein Zeichen setzen. Deshalb gibt es unser Projekt Toiletten für alle in Baden-Württemberg. Wichtig ist vor allem, dass die Gesellschaft für solche Themen sensibilisiert wird. Und wir begreifen, dass der Mangel an geeigneten Räumlichkeiten für einen Windelwechsel für die Betroffenen eine unzumutbare Beeinträchtigung der Lebensqualität darstellt. Lassen Sie uns gemeinsam gegenüber Entscheidern und Verantwortlichen ein Umdenken fordern. Weitere Informationen zur Toilette für alle finden Sie unter www.toiletten-für-alle-bw.de Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Untertitelung des ZDF, 2020